ja hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiter zu einer allerersten folge wo sind washi doch brauche ich so ich mache das in der zwischenzeit auch schon mal auf so du kannst jetzt auch die passende farbe ok so ich mache jetzt aktuell nur das was ich hier vorgegeben bekomme so so muss ich hier schauen dass da das wegkommt so uno ok ok so was ist denn da überhaupt los es ist irgendwie so dann gehe ich mal weiter darüber und dann muss ich tatsächlich wo ist der hier das ist dieser da muss weg glückwunsch zu deinem ersten sieg personalisieren wir deinen avatar so wer könnte denn am besten zu mir passen was haben wir denn da alles dann nehme ich den oldie da hier mit rein so benutzernamen erstellen gleich kann man hier lehrtaste machen geht das ich guck mal ob es so geht gleich youtube geht ja her lehrzeichen gleich lehrzeichen yt natürlich so ah da ist auch irgendwas aber ich muss erstmal klassisch modus was ist das da ich muss scheinbar noch eine runde spielen irgendwie ja aber ich muss scheinbar erstmal noch eine runde hier spielen ja natürlich rot wünschen ja das ist klar toll jetzt ist wieder gelb jetzt wieder blau ja die kann ich auch sind wir wieder bei rot du spinnst wohl wieder auf rot wechseln was wieso blau ach so ach so das ist mein teammate super duper na ok alles klar dann gehen wir da raus so dann habe ich hier glaube ich gewinne ohne aktionskarten zu ziehen exklusiv bestätigen ok hinweis alles klar einsammeln gratulation einsammeln raum schlüssel kleblatt kleblatt so und da kann ich hier noch was sammeln eine schatzkiste ok boni kann ich auch irgendwas einsammeln ich will keinen keinen so du hast mir schon anfragen wo finde ich denn meine id wahrscheinlich wenn ich hier draufklicken profil ja 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 also id also groß die dann punkt 9545 29 801 650 ja freunde da steht was mit anfrage jawohl ich bin neu hier ja ich habe keine ahnung ich habe kind Ja wahrscheinlich will ich einen Schnellstart oder? Dann kann ich hier doch einladen. Freundesliste sofort. Es wäre 2 vs. 2. So also wir beide spielen jetzt zusammen gegen Albrecht und Prissot. Okay alles klar? Jaja ich seh du ja auch ne? Der hat blaue Aussetzen gehabt. Toll. Wollt ihr mich verarschen? So. Ja ich spiele jetzt erstmal die 9 da. Ich hätte ja auch die rote 9. Ich hätte auch noch rote 9 spielen können. Aber du hast ja immerhin. So kommt von mir die gelbe 8 noch. Oh jetzt wechselst du auf blau. Ach du hast rot oder was? Ja dann musst du schon ein bisschen. Aber du hättest ja nichts anderes machen können glaube ich ne? Was war denn? Was lagen da? Grün. Habe ich leider nicht. Jetzt muss ich ne Karte ziehen. Noch ne Karte? Muss ich noch ne Karte ziehen? Nein. Komm Albrecht. Alter leck mich am Buckel ey. So. Red. Hm? Aber ich hatte jetzt hier denkst du hat eine blaue Karte? Nein. So. Alter willst du mich veräppeln? Ja. Ja ja. So ich mal es plus 2. Was? Wir haben verloren schon. Nein. Ja. 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 Lass uns doch noch mal so ein Ding da machen. Das ist doch super. Ja du wirst ne andere. Dann gehst du schon wieder. Warum denn? Lass uns das doch so zusammen machen. Das ist doch cool. Ja. Wie hast du das vor dem gemacht? Einladen? Ich hab einfach Schnellstart klassisch 2 vs 2 und dann kommt man zum Einladen. Hier guck da drauf und dann kann ich dich jetzt einladen. Freundesliste. Okay. Schnellstart. Was hast du denn jetzt gemacht? Ach klassisch auch 2 vs 2. Okay. Ich find das cool. Gegen Mars und Panther. Mhm. 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 Du hast wohl ne Macke, Kollege. Du hast kein Blau, du hast aber auch kein Rot. Ist egal. Ich muss jetzt irgendwas in der Richtung machen. Doch. Ach so. Ja. 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 Ah okay. Das ist dann auch gleichzeitig mit aussetzen. Okay. So, noch ne 4 plus? Komm. Doch. Was? Ich geb grün. Ich soll ich mit grün haben. Für dich dann. Ja guck. Ja guck. ja genau genau du hast recht ja aber dann kannst du auch noch mal aussetzen machen so und dann gehe ich jetzt hier auf zurück dann muss erst mal von dem was kommen das war natürlich perfekt jetzt immer auf grün jetzt immer auf grün ja muss ich ja bleibt nix auch noch so kurz das ist natürlich perfekt hat eine gelbe karte ja was ist du mich verarschen oh mein gott wenn er jetzt blau hat er mal verloren nicht aufgepasst machen wir noch mal erneut spielen gezwungen sechs kann auf einmal zu ziehen exklusive personalisierte raum soll ich dich einladen oder willst du mich einladen er macht solchen raum erstellen spaßraum oder was raum modus raum modus ich habe keine ahnung wie das hier funktioniert klassisch oder vorgeschlagen oder hier um eigene regeln anzupassen so was ist denn das jetzt hier was ist denn das zum beispiel für eine regel nicht dazu und zwang also speichern name des regelbuches so sug ja dann müssen wir jetzt können wir nur zu zweit spielen erstellen einladen und jetzt roboter hinzufügen starten starten ok ja ja was gegeneinander ja natürlich so rot hast du auch dann machen wir rot ja 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 Tja, dann muss ich ziehen. Aber die kann ich gleich spielen. Na Scooter kann ich gleich die plus 2 spielen. Ich dachte das mal mit der 7 oder was. Ah, Uno. Habe ich gesagt. Ja, jetzt kann ich nicht. Naja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich muss wieder ziehen. Das ist natürlich perfekt jetzt. Alter, das mit dem anfechten ist echt übel. Ich glaube, ich lasse das in Zukunft. Alter Vater. Ja, ist in Ordnung. Lass mal weitermachen hier. Warum? Erstmal zu dem links weiter. Alter. Alter Vater ist das übel. Ich darf ja nicht. Doch, habe ich. Aber das ist bei 7, glaube ich. Nein, aber gut. Ich habe es eingestellt. Natürlich guckst du im Video nach. Okay. Ich habe es eingestellt. Natürlich habe ich gespeichert. Ich habe dem nur sogar einen Namen gegeben. Du kannst auf Rot wechseln. Alter, warum auf Blau? Jetzt muss ich die spielen. Und dann geht es wieder zu dem zurück. Ich hätte Rot gehabt. Toll. Jetzt kann ich ziehen. Alter, was machst du? Spiel die 3, bitte. Blaue 3. Scheiße, blaue 5. Aber ich denke, das haben wir gewonnen, oder? Timeout. Wieso haben die gewonnen? Was? Die haben mehr Karten gehabt als wir. Warum haben die gewonnen? Warte mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Ach, du musstest es da oben reinziehen. Habe ich doch gemacht? Nein. Ich habe es reingezogen. Hast du doch gesehen. Ich habe es reingezogen. Das muss ich rausziehen. Ihr braucht etwas rum. Sprink? ja toll du kannst bei mir auf dem bildschirm ich meine ich nicht bei dir ja super das ist beste idee so alles klar bereit er sofort muss immer gegen mich spielen er kann nicht mit mir zusammen spielen irgendwie spielt jetzt jeder gegen jeden oder was red red blue draw four yep 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 blue red red draw four das war so blöd von mir alter bei der null wechselt alles im kreis oder was was nein das hätte ich nie mal spielen dürfen ich hab gedacht bei den gott was eine scheiße das wusste ich nicht toll wenn man sich wenigstens mal merken würde was die anderen haben ne scheiße oder was ich vorher hatte kacke mein hirn du hast auf jeden fall kein grün das ist immer noch kein grün doch dagegen grund warum nicht die mit mark pin und lun Was? Warum? Pech, würde ich sagen. Was? Wieso Time-Out? Achso, das Spiel ist vorbei. Jetzt haben die schon wieder gewonnen. Don't stop now. So, dann müssen wir normal machen. Klassisch 2 vs. 2. Ich lade dich ein. Was? Achso, okay. Wir beide gegen die beiden. Alles klar. So, okay. Auf geht's jetzt. Jetzt mal ein bisschen Konzentration und dann sollten wir das auch mal irgendwie gewinnen, glaube ich. Wer ist denn dran? Ich? Du? Nee, sie. Ich gehe gleich auf Gelb. So, machen wir mal gleich plus 2. Sehr gut. Blau ist gut. Aussetzen. Bist du gleich wieder dran? Boah, du hättest auf Rot wechseln müssen. Nein. Du hast nicht aufgepasst. Du hättest du mit der roten 7. Das lag eine blaue 7 da. Ich konnte das direkt sehen. Ja, da habe ich Glück. Ja, aber trotzdem. Scheiße. Spielen. Gleich wieder zurück zu der. Dann muss sie nochmal ziehen, weil sie hat keinen. Doch, hat sie. Okay. Ja, da gehe ich auf Rot, weil du hast auch Rot. So. Scheiße. Das wäre... Ja, gut, das... Oh. Schauen wir mal, mit was sie jetzt da kommt. Ah, sie muss... Oh, ich habe aber auch ein Glück. Jedes Mal, wenn ich ziehe, ne? Passt gleich. Ja, da können wir auch gleich wieder Reverse machen. Drei, rote drei, genau. Perfekt. Hoffentlich. Hoffentlich hat sie ne... Nein. Scheiße. Spielen. Erstmal ohne, 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 und dann spielen. Und dann auf Geld. Nein. Nein. Hör, wieso haben die denn schon wieder gewonnen? Weil die eine Zeit nicht gemacht hat. Ach, die war fertig. Hä? Hä? Annehmen. Alter, wir gewinnen keine einzige Runde, sind wir schlecht, ey. Das gibt's nicht. Wir gehen welche Leute, wie wir da jetzt? Alter, wir gehen die auch verlieren, ich weiß auch nicht, ey. Cedric und Regino. Alter, sind wir schlecht. Kollege. Cedric und Regino. Ne, ich gehe auf blau, ich gehe auf blau. Oh, Mann, ey. Erstmal aussetzen. Ja. Warum hast du nicht das zurückgesetzt? Ich hab hier zwei Vierer. Ach so, du hast... Ah, das sind ja Plus Vierer. Hast recht, ja. Alter, wenn sie das noch gewinnen, ne? Zum Glück, hier gibt's keinen mit Karten drehen, ne? Reverse. Oh, der hat eine Tomate auf dich geworfen, oder was? Wie geil. Scheiße. Spielen. Komm, Kollegen. Ah, nein. Jetzt aber. Alter, Alter. Ja, Mann. Ich muss nicht Uno-Unos sagen, oder? Wir haben gewonnen. Wir haben unser erstes Match gewonnen. Wieso bist du eigentlich schon unter der Decke? Wir spielen zusammen. Super, super. Komm, eins machen wir noch? Ja. 30 Minuten haben wir schon. 30 Minuten schon? Mhm. Macht ja mega Bock. Ja. Einladen. Und Start. So, gegen Karine und Agnieszka. Oder Agnieszka. Ja, Agnieszka wird das sein. Agnieszka. Klar, vermute ich. So. Wer fängt an? Ich fang an. Oh, das ist gut. Fang mal gar nicht mal richtig an. Nochmal, ja. What the fuck? Kann doch nicht wahr sein. Reverse. Draw two. Oh, nein. Warum ist es gut, dass ich es abbekommen habe? Ich wechsle jetzt auf grün. Alter, du gehst mir sowas von auf die Nüsse, ey. Oh, nein. Das kann nicht wahr sein. So, jetzt wechsle ich auf die rote. Auf rot und dann haben wir es gewonnen. Nein! Fuck, Mann. Fuck, Mann. Jetzt geh ich mal auf die Dingsseite, die ich wieder auf rot theoretisch kommen kann. Alter. Kannst du doch gleich. Sehr gut. So, dann gehen wir gleich wieder zurück zu dem. Sehr gut. Uno, uno, uno. Uno. Scheiße, ich habe halt keine blaue, ne? Ich kann dir da nicht. Aber ich kann theoretisch auf... Was? Rot. Okay. Ah, leck mich am Buckel, Alter. Nein. Uno. Oh, nein. Ich wechsle jetzt auf grün. Der hat kein... So, der hat doch kein grün, Alter. Zieh, Mann. Nein! What the fuck? Der hat... Nein! Der hat einen Joker gehabt. Scheiße. Okay, letzte Runde jetzt. Alles klar. Alles klar. Letzte Runde. Scheiße, Mann. Alter, Vater. Das kann doch nicht wahr sein hier. Das gibt's doch nicht. Was ist das denn hier? Mr. Bibi... Äh, Mrs. Bibi und Marliana. Bei mir habe ich das Gefühl, dass das fast nur Mädchen spielen. So, wer ist denn dran? Die da. Mrs. Bibi. Okay. Blau. Alter, du hast... Ich mach das gar nicht mehr. Weil ich ziehe jedes Mal sechs Stück. Das ist gut. Hast du noch einen Skip? Ja, du hast noch einen Skip. Ja. Jetzt mach ich aber erst mal plus zwei. Kommt mal, erst mal plus zwei. Ja, das ist egal. Aber du kannst ja... Erst mal ne... Reverse. Ja, du hättest auf ne 3. Wechsel auf... Auf die... Na gut. Du musst mir ne 3 dann hinlegen oder sowas. Ne... Ne, war jetzt gar nicht... Ah, so perfekt. Ist doch perfekt. Jetzt kann ich wieder zu dir. Aber ich kann jetzt dann leider danach nichts mehr machen. Deswegen geh... Auf die 3. Mach... Also geht ja gar nicht. Nein. Ja. Ja, was soll ich denn jetzt... Ich muss jetzt ziehen. Äh... War nicht gut. Hättest dir lieber nochmal rot gewünscht oder so. So, ich mach... Hm? Nein, nein, mach ich auch nicht. Uno. Jetzt mach ich nochmal Reverse. Ja, dann haben wir es gewonnen. Ja, Mann. Sehr geil. Super duper.